Das ist unser Heimatplanet. Da liegt Deutschland und hier ist Rüsselsheim. Und am Sonntag, den 14. März 2021, wählen wir die Stadtverordnetenversammlung. Ich bewerbe mich auf Platz 7 bei Freie Wähler Rüsselsheim. Ich zähle auf dich. Ich wünsche euch allen, trotz Corona, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rüsselsheim, auf jetzt!